It's your boy! Willkommen zum aktuellen Video. Hier gibt es jetzt gleich eine Ansage bezüglich des Giveaways, das starten wird. Im Hintergrund seht ihr eine Runde Arms Race Pipapo. Im Vordergrund bedanke ich mich aber zuallererst mal bei euch. Vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare und für die ganzen Likes auf die letzten Videos. Ich habe die Kommentare jetzt wieder aufgeholt und bin beim aktuellsten, also neuesten Kommentar. Das heißt, einige hundert hatten gefehlt, die habe ich jetzt aber letzte Nacht noch hinterher gehasselt. Nein, nicht einige hundert, vielleicht knappe 200. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, sehr viel edler Kram dabei. Vielen Dank dafür, ihr wisst ja, ich freue mich, wenn ihr Kommentare schreibt. Wenn ihr viele Kommentare schreibt, weil dann kann ich halt auch viel kommentieren. Ab jetzt werden auch wieder die Kommentar-Giveaways laufen. Das heißt, wer kommentiert, der kann dann in den Videos oder unter den Videos in den Kommentaren auch ein Skin gewinnen. Jetzt nichts Riesiges, ja, einfach irgendwas. Um einfach immer wieder Danke sagen zu können an die, die so schön aktiv hier auf dem Kanal sind und aktiv kommentieren. Und dann auch sagen, hey, dies und das hat mir gefallen oder auch nicht gefallen. Und darum habe ich einen Daumen gegeben oder auch nicht und so weiter. Wie ihr es bereits im Titel sehen könnt, startet ab heute ein USPS Kill Confirmed Giveaway. Der Skin kam von der Community vor zwei Wochen, glaube ich. Ja, so ungefähr plus minus zwei oder eineinhalb Wochen. Vielen, vielen Dank an dich, Monsieur. Derjenige hat sich für das Giveaway gewünscht, dass es ganz normal im Stream rausgeht für Bubble Dollar. Das heißt, für die Stream-Währung. Man muss also kein Abonnent sein, noch nicht mal Follower oder irgendwas, sondern einfach nur den Stream schauen. Da ich das Video hier jetzt zwei Tage später bringe, wie ich es eigentlich wollte, werde ich auch das Giveaway um zwei Tage verlängern, beziehungsweise um ein Wochenende verlängern. Somit könnt ihr bis zum 16., also Dienstag der 16. Juli in zwei Wochen, bis dahin könnt ihr Bubble Dollar sammeln. Euer Ziel ist es, tausend zu sammeln. Das schafft ihr easy in der Zeit, vor allem, wenn ihr halt auch so ein bisschen aktiv schreibt. Also wenn man aktiv im Stream schreibt, dann bekommt man mehr Bubble Dollar pro Minute. Und wenn man dann auch noch bei diesen Stream-Spielen mitmacht, was man nicht muss natürlich, also man kann gambeln und so weiter und auf die Spiele wetten, die wir machen, da kann man eben auch Geld gewinnen oder verlieren. Vorsicht. Der Stream-Link ist in der Beschreibung und übrigens ist heute auch Live-Stream um 22 Uhr. Also könnt ihr ab 22 Uhr auf den Link da unten klicken oder auch schon davor. Und um 22 Uhr beginnt dann dort der Stream. Achso, und die Streams sind generell jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Diese Bubble Dollar bekommt ihr, wenn ihr den Stream einfach anhabt. Wenn man aktiv ist, bekommt man zwar mehr, aber wenn man den Stream einfach anhat, dann bekommt man auch jede Minute immer einen Bubble Dollar. Und die bekommt man alle fünf Minuten ausgezahlt. Das heißt, Stream am Handy anmachen, Tablet, Fernseher oder sonst was und schon läuft das von ganz alleine. Diese Bubble Dollar werden auch gespeichert. Das heißt, wenn ihr das jetzt nicht ganz voll bekommt, diese 1000, dann macht ihr einfach beim nächsten Mal mit. Dann habt ihr bis dahin 1000. Wenn ihr jetzt 950 habt, meinetwegen, und somit nicht mitmachen könnt, dann könnt ihr aber trotzdem weiterhin eure Bubble Dollar aufbauen. Weil das immer wieder welche fragen, ob das nur einmalig ist oder... Also die zählen für immer mit. Der beste Anfang, um am Giv-Away teilzunehmen, ist natürlich jetzt einfach online zu kommen, ja. Und mal den Stream aufzumachen, reinzugucken, was wir so machen. Gerade heute haben wir ein buntes Programm. Wir wollen mit CSGO beginnen, das ist eigentlich Standard. Vielleicht sogar direkt mit einem internen Spiel, also 5 gegen 5 für Your Games. Oder aber zumindest ein Spiel gegen richtige Gegner. Nehmt mir das nicht übel, wenn ich das sag, ja. Wir sind halt intern keine richtigen Gegner. Wir sind ja die Community, ne. Ihr wisst, was ich meine, oder? Im Stream heißt es immer, warum sind wir keine richtigen Gegner? Richtige Gegner sind für mich Leute, die nicht in unserer Community sind. Die wir platt machen. Gegen die wir spielen. Wenn wir intern spielen, ist das so ein bisschen wie ein Freundschaftsspiel. Entweder fangen wir damit an, oder wir machen erst ein High-Game, weil unser 99-Spiel nicht stattfindet. Wir haben übrigens gewonnen. Die Gegner kommen nicht. Sie haben gesagt, sie sind irgendwie, also ein paar sind im Krankenhaus und darum geben sie uns den Win. Wir haben ihn auch schon, wir sind jetzt auf Platz 1. Ja, also da das Spiel nicht stattfindet, werden wir vielleicht, sofern das Team am Start wäre, ein Teamspiel machen und danach dann Viewer Game. Und das Viewer Game ist dann auf jeden Fall intern. Also Bubbler gegen Bubbler, wahrscheinlich auch Popflash oder so. Und danach werden wir dann übergehen zu Garry's Mod, TTT. Darauf folgend werden wir dann ein bisschen Mordhaus spielen und zum Ende hin dann Stardew Valley. Da fangen wir dann zu X an, einen neuen Bauernhof zu machen. Und das wird dann das Ende des Streams sein. Das werden wir spielen, bis wir dann umfallen, also bis wir halt zu müde werden. Und natürlich ist die kleine Mrs. Papenacker auch dabei. Die Katze will kurz ASMR machen, eine Sekunde. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend im Livestream. Das Video kommt zwar deutlich früher vor dem Livestream, ihr könnt es euch aber schon mal merken, dass halt um 22 Uhr der Spaß beginnt, ne? Bis dann, ciao, ciao. Vielen lieben Dank an meine Kanalmitglieder und meine Patreons. Bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.